Absolut, also ich finde, wir haben uns gut verkauft. Ginsheim ist eine super Mannschaft, also die haben die Zweiklassen heute rausgespielt. Wenn man hier was holen will, brauchen wir immer ein bisschen das Glück, dass die Mannschaft, die höherklassig ist, vielleicht keinen so richtig guten Tag hat. Das Glück hatten wir nicht. Die haben richtig gut gespielt, haben uns laufen lassen, sind dynamisch gewesen, waren zweikampfstark. Nichtsdestotrotz haben wir uns belohnt noch mit dem Tor. Das haben die Jungs sich verdient und ich bin absolut zufrieden. Ja, ich glaube, wir haben auch viele angeschlangene Spieler, es waren nicht alle da. Ich glaube, das war jetzt das achte oder neunte Spiel in dreieinhalb Wochen und wenn man sieht, wir haben bis zum Ende gekämpft und 4-1, das letzte Tor noch abgefeiert, aber ich glaube, wir haben uns gut geschlagen. Das Tor, auch wenn es ein Elfmeter war, haben wir uns verdient und ich bin rundum zufrieden, definitiv. Ja, dass wir uns 90 Minuten lang gewehrt haben, uns nicht aufgegeben haben, klar haben wir hier und da vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Am Ende weiß ich nicht, ob jede Abseitsentscheidung richtig war, dann kann es auch vielleicht noch das ein oder andere Tor mehr geben, aber das Positive ist, wir werden uns 90 Minuten, auch wir haben gute Momente in solchen Spielen, auch defensiv wie offensiv, das nehmen wir mit. Ich glaube, wir haben auch wieder gezeigt, dass wir gegen eine höherklassige Mannschaft auch mithalten können und dass, wenn auch am Sonntag vielleicht wieder der ein oder andere zurückkommt, Verletzte, wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken und vor allem gegen Hornau haben wir noch eine richtige Rechnung offen von vor zwei Wochen, also ich glaube, da muss man keinen mehr heiß machen in der Kabine. Ich glaube, wir werden hier am Sonntag ein schönes Feuerwerk abbrennen. Ja, das ist Derby wieder, wir haben da auch noch eine Rechnung offen vom Hinspiel, was ja erst drei Wochen her ist. Wir haben da 2-0 verloren, haben da nicht so gut gespielt und ich glaube, auch da brauche ich zum einen niemanden motivieren, weil es eben ein Derby ist und zum anderen, weil wir 2-0 verloren haben und das auf jeden Fall wieder gut machen wollen. Das hätte noch besser sein können, also ich glaube, Ginzheim hat heute auch einen guten Tag erwischt bei denen, also wenn man das erste Tor sieht oder auch das zweite oder dritte, die spielen das heute definitiv sehr, sehr gut. Also ich glaube, wir haben heute gar nichts so verkehrt gemacht großartig. Die spielen nicht umsonst zwei Klassen höher wie wir und das war einfach, glaube ich, die individuelle Klasse heute auch mal und vielleicht am Ende auch ein paar schläffere Beine und haben so verdient auch vielleicht in der Höhe so gewonnen und ja, ich kann den Jungs keinen großen Vorwurf machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.